Willkommen bei OptiStore. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Fotos für den Import von Ihren Werkzeugen erstellen können. Am einfachsten verwenden Sie dafür die OptiStore Papier-Scan-Vorlage. Diese erhalten Sie kostenlos bei Ihrem OptiStore Vertriebspartner. Wichtig ist, dass wenn Sie die Werkzeuge auf der Papier-Scan-Vorlage platzieren, darauf achten, dass das höchste Werkzeug möglichst zentral platziert ist. Generell darauf achten, dass nur Objekte verwendet werden, die nicht höher sind als fünf Zentimeter. Beachten Sie bei der Aufnahme, dass Sie mindestens einen Abstand von 1,2 Metern haben, von der Kameralinse zur Papier-Scan-Vorlage. Idealerweise legen Sie dazu die Scan-Vorlage ganz einfach auf den Boden. Beim Erstellen der Fotos darauf achten, dass es in einem Raum passiert, der gut ausgeleuchtet ist. Es sollte kein Blitz verwendet werden, auch kein Fischauge. Achten Sie darauf, dass die Kamera möglichst zentral und gerade über der Scan-Vorlage platziert ist und dass auf der Aufnahme sämtliche Marker am Rand gut erkennbar sind. Das Foto kann jetzt ganz einfach importiert werden, indem man in OptiStore Web auf Mehr klickt und dort unter Importieren das eben geschossene Foto auswählt und importiert. Jede eigene Kontur kann dann einzeln nochmal angepasst und gegebenenfalls abgeändert werden. In diesem Fall sehe ich, dass die rechten beiden Werkzeuge sehr gut erkannt wurden und eigentlich keine Änderung benötigen. Beim linken Werkzeug, bei der Bügelmessschraube, ändere ich die Kontur so ab, dass ich sie anklicke und dann sämtliche Punkte entferne, die das Verschließen der Schraube verhindern würden. Damit stelle ich sicher, dass die Bügelmessschraube auch in die Einlage gelegt werden kann, wenn sie vollständig geschlossen ist. Bei dieser Gelegenheit prüfe ich auch noch den Import der restlichen Kontur und sehe hier, dass sämtliche Ränder gut erkannt worden sind. Beim oberen Bereich könnte ich hier die Punkte markieren und so gesammelt noch ein wenig nach außen schieben. Bei unseren importierten Konturen legen wir automatisch noch einen zusätzlichen Millimeter als Offset um das gesamte Werkzeug. Sobald ich alle kontrolliert habe, alle importierten Werkzeuge kontrolliert habe, kann ich noch die einzelnen Tiefen vergeben, indem ich das Werkzeug anklicke, auf die Tiefe klicke und diese individuell vergebe. Falls bei einem Werkzeug zwei separaten Tiefenrate Tiefen notwendig sind, kann ich dies ganz einfach über die Teiler-Funktion am rechten Rand auswählen. Einfach den Button anklicken, den Teiler platzieren und dann zwei verschiedene Tiefen definieren. 15 Millimeter und 10 Millimeter. Nach Abschluss der Tiefenvergabe übernehme ich diese neuen Konturen auf die Einlage und kann diese dann hier einzeln richtig platzieren. Bei der Zange in der Mitte sehe ich, dass diese zwei verschiedene Tiefen hat und kann das auch nochmals separat kontrollieren in der 3D-Ansicht. Wenn ich hier hinzoome, erkenne ich, dass diese zwei Tiefen hat. Dass es hier eine Stufe gibt. Bei importierten Konturen empfiehlt es sich auch immer, die Ausrichtfunktionen zu verwenden. Einfach die Kontur markieren, den Kompass auswählen für optimales Ausrichten und schon wird die Kontur gerade gestellt. So einfach funktioniert der Bildimport bei OptiStore Web. So einfach dos, wenn ich die Kontur gerade gebe fest, finde ich, dass diese Teiler-Funktionen kann hier rein gehen werden. Vielen Dank.